also der kleine und die wo man denn jetzt ich sehe doch angsthase die war jetzt mal richtig angst ich hoffe das wird lustig so aufhören 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 wasser läuft wasser läuft ähm 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 das okay das ist sowas kleines ähm dein tier brauchen wir ach wie süß ah kann die fliegen ne kann die nicht was ist denn so für ein tier hm oh achso okay und was wird das jetzt okay und was okay und was dann okay oh dynamit aha ähm oh oh ho 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 ACHTUNG SPREGUNG SPREGUNG oder auch nicht soll ich jetzt bei den explodieren aha oh jetzt wird noch ein kampfraum gell ja oh man ey 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 das verpasst ihr das ist ja so geil okay ah xxxxxxxd äh die die nicht mit mir spielen wollten verpassen so was von was ja ich wollte die ganze Zeit mit jemandem spielen weil es halt ein Multiplayer ist aber keiner will ja mit mir spielen ich fühle mich voll verletzt und die verpassen hier was ich sag's euch Ah, kacke! Das war viel zu schnell! Der ist besser geworden. Aua, ich habe ihn noch getroffen! Und? Geschafft! Wie schön. Äh, was? Habe ich das gerade richtig gesehen? Einen der Trollen im Ballettkostüm? In... Haha! Geil! Okay. Das Buch. Vom Halbblutprinz werden wir jetzt entsorgen. Also die anderen wollen das. Was hat Harry denn nur gemacht? Warum hast du ihn auseinander genommen? Ich find's voll geil wie die auch Nüsse. Ähm... So ein paar Kühe noch. Der Tanz ist wieder bestimmt. Besser als sonst. Ähm... So aufhüllen. Und... Jetzt komm... Was passiert jetzt? Da müssen wir... Ah! Äh... Genie, Hellgras... Was? Was denn das? Arnold! Was zur Hölle ist das? Ein bisschen blöd ist, dass die Sachen erfinden. Ich meine... Was ist das? Es sieht ja irgendwie süß aus, aber es sieht auch irgendwie krankengruselig aus. Was zur Hölle ist das? Es ist abnormal. Oh ne, das sieht aus wie ein... Wie ein Märchweinchen. Das ist doch süß. Das sieht so komisch aus. Kann man nicht sagen, was das ist. Das heißt Arnold. Reicht das nicht? Nein, das reicht nicht. Es ist kein... Ich glaube nicht, dass alle Arnold so aussehen. Kannst du mal bitte das... So! So! Was ist jetzt hier? Ach, da ist ein bisschen Zauberstaub nicht dabei. Hm... Okay. Ich weiß schon, ähm... Dazu bräuchten wir jetzt ihr Vater. So, Aggressionen und dann hier zaubern. Da kommt ein... Dings... Ich glaube ein Kronnöchter. Ich kann sie öffnen, gell? Ja. Und? Aha. Danke. Autsch! Hat mich... Hat mir wehgetan. Okay. Hier. Danke. So, öffnen wir jetzt mal. Wie grinst die? So! So! Okay. Gib nun... Der will nicht das Luron-Ding zeigen. Braucht sowieso keiner. So! Ähm... So! Und jetzt haben wir ihn noch raus. Er sieht aus wie ein Gattenspiegel. Äh... Äh... Ach man! Also wirklich das... Diese Lego Harry Potter Musik, die ist einfach nur geil! Ich bin hier richtig geil! Würde ich gerne das Glingelton haben! De... De... Einfach mal, weil es geht. Aber ich hab' das jetzt gemacht. Da ok. Ah ok... Ok... Ok! Ok ... Also erstmal... So! So! So, dann nehmen wir ein bisschen Hürsel und das auffüllen. Ah! Jetzt finden wir heraus, was Draco gemacht hat. Okay. Oh! 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 Tschüss! Oh! 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 Ja! Sie hat sich geküsst und haben das Sch*** Level abgeschlossen! Yay! Ich höre es von jedes Level fast schon scheiße! Ja, wir sind fast ein wahrer Zauberer! Wollte ich ja gar nicht! Dieses Level ist das Level wo wir fast die volle Punkte hatten! Aber egal. Wir machen einfach mal weiter, gell? Ja, komm jetzt. Wir kommen jetzt. Nein, die! Ach, geil. So. Harry ist jetzt voller Glück. Ich bin ein Glückspilz! Ein glücklicher 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 Glückspilz. Ja. Auf zu schleichen, wir haben schon ein Geheimnis rausgefunden. Wir kennen dein Geheimnis! Okay, ähm... So, wo geht's jetzt hier lang? Los, Mario! Sag jetzt, wo's hingeht! Irgendwie ist ein Schnurrwort einer, die ich ein bisschen an Mario war, Luigi. Nee, eigentlich gar nicht, aber irgendwie schon. Ich weiß es nicht. Ich muss irgendwie jetzt nur an Mario denken. Ja! Jetzt der Aquamenti. Diesen Zauber hab ich mal nie gehört. Gut. Aber so sieht der aus. Das passiert, wenn zu viel Wasser auf die Pflanzen kommt. Ja, sie explodieren dann. Ich kenn mich überhaupt nicht auf den Pflanzen. Oh, wir haben jetzt bei ihnen Unterricht. Nein! Ich hasse diesen Unterricht immer. Jawohl! Dann kommt die Action! Ja! ワ